Hallöchen, hier war Nausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Total War Hammer im Multiplayer mitgeblieben. Hallo. Servus. So, wir machen mal den Tunnelkampf gesehen. Den haben wir, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Ne, nicht wirklich. Was wollte denn ihr schon wieder? Ja, gut, den Kapitän Friedrichsabkommen. Wenn es denn sein muss. Wenn es denn muss. Oh, ein bisschen fehlgeschlagen. Schlimm. Ja, sicher, sicher schicke ich dann Hilfe. Weißt du, ganz im Norden, eigentlich vor der Chaoswüste. Klar. Ja, ne, und das, ich hab... Oh, okay, da ist keiner begrenzt. Okay. Ja, das ist aber wirklich da, ganz oben. Hm. Die haben doch vor uns ein, oder bis nur 1500, ne, Tatenführweiser. Nix. Ne. Ach, ich hab ein Schluchritter, warum? Oh, meine Goldene, das wäre ich schön. Na, dann machen wir doch gleich mal ein paar Schluchritter. Und ein paar Verfluchtee. Verfluchtee. Mhm. 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 Genau. Mhm. Schaut's da aus. Mache noch ein paar Belagerungsmaschinen finden. Beziehungsweise Gerätchen. Gerätchen? Mhm. Na klar. So, ich hab mal zwei Carboner, wie ich's muss schon wissen. Mhm. Weil ich möchte gerne zwei Goblinschleuder haben. So. So, so. Mhm. So, die nächste Stufe für eine Goldmine. Natürlich auch. Gib mal Kohle. So. So, da können wir auf jeden Fall mal genug Asche. Da auch. So, jetzt können wir plus 4000. Das ist schon mal eine Ansage. No, geht. Das ist also nix. Genau. Ach ja, du kannst ja nicht gehen, wenn der Rikultier ist. Ja, ist ja gut. Mhm. Mhm. Oh mein Gott, ein Held. Oder was auch immer. Ja. Ja. Ja, da ist so'n scheiß Agent. Mhm. Ein GERG-Boss. Mhm. Ich hab auch so'n. Mhm. Der macht minus 50 Prozent Einkommen. Hallo. Okay. Ich hab' euch. Vertraut sich was. Mhm. Apropos Einkommen. Mhm. Ach nee. So, dass das ausbauen. So, und du kannst jetzt mal weitergehen. Ja, okay. Ja. Ich hab' euch. Das ist doch drauf. Wilde Knirps, geh weg. Der möchte etwas stinken, aber... Ah ja, ich hab einen Held gekriegt. Und zwar einen Fluchfürst. Ja, hört sich gut an. Ah ja, nur dann. So, der marschiert mal dahin. Und was sagt ihr? Ne, ich will noch nicht. Nicht? Oh. Ne. So, Louis ist mal ausgebaut. Jetzt hab ich keine Kohle mehr, war klar. Ja... Das wäre gut. Ja. Ja... Ja... Ja. 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 Ah ja, da ist der kleine Mann auf der Rundreise. So, aber jetzt. So. Ich muss nur ein kurzer Fenster aufmachen, das ist ein bisschen neblig hier im Raum. Gegen die Orkse! Gegen Orkse! Ach, da ist ja die zweite Armee von denen, genau. Ja. Naja, im Prinzip eigentlich gegen Goblins. Weil der hat eigentlich... Jaaa. Ork-Jungs hat er. Zwei Ork-Einheiten? Moshas, sind das Moshas? Nur was sind das? Ich hab keine Ahnung. Hat der schon Moshas? Doch könnte sein. Hm. Mh. Das war die... Eine höher. Als die... Mh. Als die Ork-Jungs. Nett, nett, nett. Jaaa. Die Tüme sehen cool aus. Jo. Lass mal gucken. Fahrende Gerippe. Von da. Die kann ich dir also noch nicht geben. Die kannst du, glaub ich, erst geben, wenn die da sind. Mhm. Na jo. Möchtest du da hin? Ihr kommt da hin. Also das ist ein Zwergenstück. Mhm. Was? Es war mein, ja. genau sieht aber schnieker aus wenn man so was sollen das kommt schon eher wie die stadt hin ja doch so dann kriegst du die verstärkung wir sind die schnuller da ja die beiden tüme nehmen die beiden tüme die ich dir dann gestellte neben den fledermäusen du musst mir übergeben die die künfte einnehmen so jürgen und hier noch mehr nur die wir in der Rade abgeschossen Ach ja... Ja, wollte ich noch mal so sagen. Ach... Mal gucken, ob die Türme einnehmen können. Ich bin zweifelig. Das wäre ja zu einfach. Ja. Ich hab ja einen Rambock. Na dann. Attacke, auf die Mauer. Mhm. Auf die Mauer fährt ich los. Können sie nicht. Gibt es irgendwas zum Beißen? Guck, da. Zum Beißen? Ja, für die Fleder meist zu beißen. Zum Schnabulieren. Ja. Genau. Ja, 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 ja. Ich glaube, das Fenster aufzumachen. Aber hier drin ist gerade kaputt. Das ist logisch. Ja. Ja, müsst ihr leider jetzt mit Leben in der Aufnahme, dass draußen meine Nachbarn mal wieder abquatschen sind. Ach ja. Ja. Aber die gehen, glaube ich, gerade rein. Hm. Ja. Wieder auch Zeit. Haben wir mal wo geguckt? Ja. Boah. Ja, ja, das war's. Mhm. 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 Da weiß man ein bisschen, wissen die Leute, wie sind wir, was für eine Gesellschaft hier wohnen. Mhm. Mhm. Ach ja. hat sowohl den türmer machen oder dort sind immer besetzt haben ist ja nie war hier ist in der losgelehrte könnte mal klapperigen knochen bewegen geht dauer hat dauert ein bisschen ein klein wenig da hauen die ersten schon ab ja ehrlich feiges pack der rammbox sieht doch geil aus das ist so ein kopf oder so ja vor allem mit dem feuer sind cool aus mit dem grün grün ja So, we're shot still in about two hours. 10,000 feet, okay. Hörende. Jupp. Gut, die Tür ist da. Feinde! Nee, juhu. Gleich auf den Kommandern. Ja. Du wirst es. Ja. Ja. Hoch da, Freunde. Sie wollen nicht so anstellen. Hoch die Mauer. Mhm. Ach ja, leid. Mhm. Okay. Okay. Meine Kopf ist dann auch gerade hoch. Gut, gut. Okay. Was denn... Was denn... Was denn... Was denn... Hat man denn schon erledigt? Den kann man dann... Ähm... Ich sehe ihn nicht mehr. Mhm. Aber der flieht ja gerade? Mhm. Ja. Der flieht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Äh... Kurz vor der Brücke. Okay. Da ist er da oben. Ne, da ist ganz oben im Norden. Ja, die Brücke meine ich. Achso. Na dann. Mhm. Dann greif ich mal die Honogen an. So. Manfred darf auch was tun. Was runterlaufen auf der Mauer. Mhm. Okay, genau. Fress sie auf! Mhm. Der hau da ab. Ja. Sieg ist sie. Richtig. Gewonnen ist gewonnen. Mhm. Nur 400 verloren. Ja. Beziehungsweise 500. Weißt du nicht, ich hab nur 136 verloren. Mhm. Mhm. So, ich kann das ausrauben oder niederreißen. Mhm. Mhm. Ausrauben würde nur 288 bringen. Wir haben keine Kohle, die auch ausziehen. Mhm. Ja. Niederreißen. So. Genau. Es ist zwar etwas unlogisch, aber naja. So. Dann. Mal hier ein bisschen aufräumen. Ah. Ein Level Up. Schön. Ich würde mal sagen, der Herr kriegt ein... Äh... Pferd. Ja. Vielleicht mal ein Schlag schneller. Das ist richtig. Mhm. Könnte durchaus nützlich sein. Ich würde noch die Einheiten zusammenfügen und so weiter und so fort. Und... Mhm. Mhm. Ja. Und dann geht's weiter. Oder auch nicht. Mhm. Mhm. Ja. Achso, ich hab hier... Einen Helden... Kann ich den da reinpacken? Nee. Nee. So, jetzt kann ich den einfügen. Passt. Ja, wo ist dein Platz für? Hm. Na ja. Das ist normal. So, ich werde jetzt mal das bauen. Dann kann ich den Nachtgoblins unser bauen. Gott, oh Gott. Warte. Nachtgoblins. Korrekt. Das kommt mir nicht dran, okay. Frech. Frech, frech, frech. Tjo. Egal, aber die Folge schon wieder ändern, deswegen würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst ein Kommentar da, ansonsten wird ein schöner Tag, ein schöner Abend. Wie auch immer, wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Total War Warhammer im Multiplayer. Tschüssingen.